Phase der Thüringer im Spiel. Nur drei Minuten später. Schlosser auf Anriss, der sieht Tino Schmidt, dessen Solo unwiderstehlich. Das 2 zu 0 in der 59. Minute. Saisonkreffer Nummer 6 für Tino Schmidt, der ganz cool auch noch Torwart Sprint ausspielt. Es sieht nach einer Vorentscheidung aus. Zumindest hoffen das die 2805 Zuschauer im Stadion.